Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen sehr schnellen und einfachen Gottmode Glitch zeigen. Ja, den Gottmode Glitch, den habe ich eben durch Zufall im Livestream herausgefunden mit meinen Jungs und ja, deswegen möchte ich euch gerne mal dran, würde ich euch gerne mal dran teilhaben lassen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einfach nur eine MOC und einen Freund, der euch ganz kurz dabei hilft und dann braucht ihr noch irgendeine Person, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Wo ihr den Glitch macht auf der Map, das ist auch wirklich völlig egal. Das könnt ihr überall auf der Map machen und ja, wenn ihr das soweit eigentlich vorbereitet habt, dann könnt ihr auch schon losstarten. Euer Freund, der sollte sich so wie mein Kollege hier, in meinem Fall ist es der Dennis, Grüße gehen auf jeden Fall raus und Dankeschön für die Hilfe, sollte sich dann einfach in die Nähe eurer MOC begeben. Dann gebt ihr euch einfach zu eurer MOC hin, geht dann auf alleine eintreten mit nahen Freunden und Crewmitgliedern. Jetzt habt ihr einen unendlichen Blackscreen. Wenn ihr den unendlichen Blackscreen habt, dann geht ihr einfach ins PSN-Menü und nun kommt der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Welcher das ist, ist auch wirklich völlig egal. So einfach dann beitreten. Die erste Meldung, die kommt perfekt. Nochmal beitreten. Die zweite Meldung, die lehnen wir ab. So, und wenn wir jetzt wieder gespawned sind, dann sind wir jetzt auch schon fertig. Und im Godmode, Leute. Ich kann euch das einmal demonstrieren. Mir passiert wirklich überhaupt gar nichts. Und ja, benutzt den Glitch aber bitte nicht, um irgendwelche Leute abzufacken oder sowas. Ja, auf jeden Fall habt Spaß mit dem Glitch und ich hoffe, dass kleine, aber feine Videos hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!